Nachhaltigkeit ist einfacher als man denkt. Es geht darum, den Moment zu respektieren und an die Zukunft zu denken. Nachhaltiges Leben beginnt im Kleinen. Täglich nach Lösungen zu suchen, die unsere Umwelt schützen. Ein System zu schaffen, das leicht und einfach ist. Mit dem verschiedenen Menschen gemeinsam das Gleiche bewirken können. Abholen, verwenden, zurückbringen. Nachhaltig und easy. Ein ressourcenschonender Lifestyle bedeutet, Dinge wiederzuverwenden, anstatt sie wegzuwerfen. Und in Momenten des Alltags zu versuchen, an die Zukunft zu denken. Backup – der Mehrwegpfandbecher für Graz.